Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich sehe sie zwar nicht, aber Sie sehen hoffentlich mich und meine Folien. Ich versuche heute über das Thema digitaler Humanismus zu sprechen und versuche diese technischen Schwierigkeiten zu übergehen. Auch ein schöner Gruß aus Norditalien. Ich sitze gerade in einem Hotel im Freien, im Schatten und ich hoffe, dass nicht so viele Hotelgäste hier vorüber gehen. Ein Subtitel wäre hier IT will not stop, it will not stop, weil das Ganze eigentlich aus der Informatik und der Digitalisierung abgeleitet werden kann. Und daraus will ich dann erklären, was der digitale Humanismus ist, beziehungsweise als Inhalt, beziehungsweise auch als Initiative. Sagen Sie mir, ob Sie mich sehen, beziehungsweise meine Folien? Ja, wir sehen Sie. Okay, gut. Ich hoffe nicht, dass man das Ganze jetzt auf diesen Vortrag reduzieren kann, beziehungsweise deuten kann, beziehungsweise auf diese Veranstaltung, was für ein Unsinn das Ganze ist. Ich möchte mit diesem Zitat beginnen, weil es ist ungefähr 30 Jahre alt. Das war die Reaktion auf der ersten Ender-Konferenz zu Digitalisierung und Tourismus in Innsbruck 1994. Da hat ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt, was wollen Sie mit diesem Blödsinn hier? Damals hat der Beat Schmidt von der Universität St. Gallen über digitale Märkte, elektronische Märkte gesprochen und das Web. Wir stecken im Jahr 94, also da ist gerade das Web gekommen. Und der Larry Press von der University of Los Angeles hat über digitale Agenten gesprochen als Kopie in unserer selbst. Das war vor 30 Jahren. Und eigentlich ist das im Wesentlichen eingetroffen. Nur für einen Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war das damals unverständlich. Wenn wir uns heute das ansehen und vergleichen zu damals, leben wir in einer Welt, die digital physisch ist. Ich sitze hier in Norditalien, Sie sitzen in Graz. Wir können zwar mit einigen Schwierigkeiten miteinander kommunizieren, es ist schwierig zu trennen, was hier digital und was physisch ist. Es ist ein öffentlicher Raum. Eine Teilnahme an diesem öffentlichen Raum ist fast obligatorisch an diesem digitalen Raum, um nicht ausgeschlossen zu sein. Also eigentlich sind wir fast gezwungen, hier mitzumachen. Das hat sich innerhalb von 30 Jahren abgestellt. Wir leben hier im Zeitalter der digitalen Transaktion, der digitalen Transformation. Ich bezeichne damit die Informatisierung unserer Gesellschaft, also die Durchdringung unserer Gesellschaft mit Informatikprodukten und auch Prinzipien und Paradigmen. Das ist ein komplexer, komplexer ökonomischer, technischer Prozess, der schon seit Jahrzehnten, eigentlich seit damals von starten geht und jetzt eigentlich erst bemerktet in seiner großen, ganzen Dimension. Wir erleben das Internet, das Web als eine globale Infrastruktur und so etwas wie das Operating System unserer Gesellschaft, also die Basis, auf der unsere Gesellschaft miteinander kommuniziert und funktioniert. Die Pandemie hat die Leistungsfähigkeit des Ganzen gezeigt, aber auch die Grenzen. Die Probleme waren eher im sozialen, organisatorischen Bereich sehr wenige technische Probleme. Ich habe das sehr wenig jetzt schnell in Klammer gesetzt, wenn man sieht, dass es sehr wohl Probleme gibt. Aber stellen Sie sich vor, das Web oder das Internet hätte es in dieser Form nicht gegeben. Es hätte keinen Unterricht, keine Schulen, keine Universitäten, keine Arbeit, kein Homeoffice gegeben. Auch die Forschung wäre in dieser Geschwindigkeit nicht von starten gegangen. Sie sehen hier die Bedeutung dieses Systems. Auch im aktuellen Krieg in der Ukraine sieht man die Mächtigkeit sozialer Medien und des Webs. Also die Bedeutung, die der Präsident der Ukraine hat, ist nur erklärbar von seinem erfolgreichen Nutzen dieser sozialen Medien Werkzeuge, die er sehr gut nutzt und auch eigentlich den Westen damit in eine entsprechende Kommunikation und Interaktion führt. Der Punkt ist, dass ich hier auf die Informatik zu sprechen kommen will. Ganz kurz, die eigentlich der Hintergrund des Ganzen ist. Die ersten Studien waren in den 70er Jahren, also ich habe 72, 73 zu studieren begonnen. Damals war das noch ein Studienversuch. Und heute spricht der Loprieno, der ein Ägyptologe ist und der Vorsitzende des österreichischen Wissenschaftsrats, ein Ägyptologe, dass die Informatik so etwas ist wie das Latein von heute. Was ich nicht ganz teile diese Meinung, aber es zeigt irgendwie die Bedeutung, dass die Informatik und hier beziehe ich mich auf die Methoden der Informatik, die Sichtweisen, also Paradigmen, wie wir die Welt sehen und wie wir sie begreifen und wie wir Probleme lösen wollen, als auch die Artefakte, das heißt, das sind unsere Softwareprodukte, Tools, die wir verwenden, grundlegender Art sind. Die Informatik ist beides, eine Wissenschaftsdisziplin, also wo grundlegende Forschung, also auch eine Ingenieursdisziplin, wo etwas gebaut wird. Beides ist es, kann man es zusammenfassen. Und eine wirklich fast revolutionäre Sicht ist, dass die informatischen Produkte keine physischen Grenzen zeigen. Also wenn ein Architekt etwas baut, das an die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, muss er sich an diese halten. In der Informatik haben wir eigentlich nur logische Grenzen für unsere Ableitungen beziehungsweise Programme. Die Informatik ist erfolgreich als solches, als Subject, also als solches, wenn wir die Informatikforschung ansehen und auf der anderen Seite auch die Informatics in Subject. Das heißt, es ist fast keine Wissenschaft heute mehr vorstellbar und denkbar ohne informatische Produkte als Tools. Denken Sie an Webmining, Textmining in den Sprachwissenschaften, in der Geschichte, Netzwerkanalysen in der Soziologie und so weiter. Die Informatik sehe ich nicht nur reduziert auf den Computer, sondern es ist eine Wissenschaft, die sich mit Informations- und Informationsprozessen beschäftigt und damit verbundenen Phänomenen in Artefakten, also im Computer, Gesellschaft und in der Natur. Das ist eine sehr weite Definition und erklärt auch, warum man dann Entwicklungen in der Biologie oder auch in der Physik mit informatischen Methoden behandeln kann. Der Christen-Niedergespräch der Zenturing-Preistreger in den 70er Jahren, der die ersten Simulationsprogramme entwickelt hat. Interessant vor dem Hinfall für die Informatik ist, dass wir eigentlich immer zwei Sichten haben, die auch das obere beschreiben. Einerseits zur Problemlösung, hier exemplarisch die Simulation hervorgehoben. Denken Sie an John von Neumann, der bereits in den Ende der 40er Jahren, Beginn der 50er Jahren mit damaligen Computern für die Wettervorhersage Programme geschrieben hat. Aber denken Sie auch an die Arbeiten von Niki Popper in der Pandemiebekämpfung mit seinen Vorhersagen über die Ausbreitung des Coronavirus. Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit uns selbst, mit dem Denken, was ist Intelligenz und der Turing mit seinem Turing-Test als eine theoretische Herannäherung an die Informatik. Wir haben eine Entwicklung von dem Mainframe, den Sie hier links unten sehen, bis zu intelligenten Objekten heute, des Internet of Things. Wir haben die Schnittstellen auf der Haut oder beziehungsweise bereits im Kopf. Wir steuern Autos beziehungsweise Roboter. Also diese Roboter ist ja schon fast ein historisches Bild. Und wir haben hier eine Entwicklung dieser Informationstechnologie in das fast Unendliche, ins Große weltweit oder auch viele Geräte und auch ins Kleine, fast denken Sie an Operationsmethoden, Methoden, Interfaces im Gehirn, also im Nano beziehungsweise mit Mikroberät. Wir erleben eine Metamorphose vom Computerrechner, also ursprünglich das rechnende Gerät zu einer globalen Maschine, wo alles miteinander verbunden ist, manchmal auch unsichtbar, Internet of Things. Technisch bestehen diese Systeme immer oder heutige Systeme, nicht nur diese, das Web als solche, sondern generell Systeme, technische Systeme, also einen Stapel verschiedener Teile von Hardware und Software, wobei zunehmend Aufgaben an die Software dirigiert werden. Das heißt eigentlich Virtualisierung, also Hardware-Bestandteile werden durch Software-Bestandteile, durch Mikro-Prozess, durch Mikro-Programme ersetzt. Es gibt mehr Flexibilität und ist auch wesentlich billiger, billiger in der Wartung und in der Herstellung. Beispiel das Auto, wo eine Großteil der Wertschöpfung bereits im Softwarebereich stattfindet. Es geht so weit, dass jetzt VW auch ein eigenes Softwareunternehmen gegründet hat. Wenn man sich das anschaut, also die zunehmende Virtualisierung, das Ersetzen von Hardware durch Software und die Steuerung großer globaler durch Software, kann man fast diesen Begriff verwenden, dass everything touched by software becomes a computer. Das heißt, dass alles, wo ich eine Software draufspielen kann und dazu brauche ich dann eigentlich nur mehr einen kleinen Chip mit einem Speicher, mit einer Recheneinheit und einer Kommunikationsschnittstelle, damit ich ihnen das Internet anhängen kann, dann habe ich einen Computer, der Bestandteil einer globalen, weltweiten Maschine ist. Wenn ich dieses Bild zeichne, möchte ich aber nicht vergessen lassen, dass wir über eine Digital Divide auch nachdenken sollen, wo es nicht nur eine Division, also ein Auseinandertrennen zwischen Nord und Süden aus unserer globalen Weltkugel ist, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaft und nicht alle Zugang zu diesen Systemen haben, sei es aus Wissensgründen, Skillgründen bzw. auf der anderen Seite noch ökonomisch. Internet und Web ist aber mehr als Technologie, das habe ich schon angeschnitten. Wir haben eine ökonomische Transformation von Firmen, von Märkten, von Industrien, von der Gesellschaft. Wir erleben so etwas wie eine Sozialerweiterung. Ich denke hier daran, dass meine PhD-Studierenden haben praktisch über Skype dann permanent mit ihren Eltern bzw. Freunden in ihren Herkunftsländern diskutiert, die aus Asien oder die USA gekommen sind wie eine Verhaltensänderung. Es ändern sich auch physische Räume, was man eigentlich nicht so direkt erwartet. Ich habe hier drei Bilder. Das eine ist aus Vilnius, wo sie einen Fahrradweg sehen, wo eine eigene Spur für diejenigen bezeichnet ist, die hier mit dem Handy kommen und eigentlich, wenn sie das Handy haben, eigentlich nach unten blicken und hier abgesondert werden. Oder eine Verkehrsampel in Augsburg, wo die Verkehrszeichen in den Boden eingelassen sind und hier, damit die Jugendlichen oder auch die Älteren, die hier sind, entsprechend auf den Boden schauen können, weil sie keine Zeit haben, um die Verkehrsampel zu betrachten. Also wir haben hier schon praktisch auch der Raum als solcher verändert sich und vielleicht auch heute die menschliche Physik in diesem Zusammenhang. Ich möchte kurz reflektieren über das Web und zwar nicht als ein technisches Phänomen, sondern als ein biologisches, kommunikationstechnisches und auch ökonomisches Phänomen, dass es ja gleichzeitig ist. Interessant ist, dass das Web auch in einer US-Gegenkultur begründet ist, die zum Beispiel Declaration of the Independence of the Cyberspace. Hier gibt es einen sehr guten Artikel von Moshe Wadi aus dem Jahr 2018, wie er das beschrieben hat. Er schreibt, how the hippies destroyed the Internet. Das Ziel war freies Teilen von Information, also die kostenlose Zurverfügungstellung von Information und das freie Abrufen von Information. Das hat zu großen Mengen geführt. Es war relativ einfach zu Bedingungen und dadurch hat es auch die Notwendigkeit von Suchmaschinen gegeben, die eigentlich am Anfang gekämpft haben, wie kann ich überleben in einem Markt, wo alles kostenlos ist. Und zur Aufrechterhaltung, zur Monetarisierung ist man gekommen auf ein werbebasiertes Geschäftsmodell. Also ich nehme ein Geld von den Werbekunden und nicht von denjenigen, die die Information zur Verfügung stellen beziehungsweise nutzen, mit einigen Erweiterungen, zum Beispiel Personalisierung. Ich kann hier personalisieren, auf diesen einzelnen Nutzer, die Nutzerinnen abstimmen. Hier sehen Sie ein Quote von Bezos, dem Gründer von Amazon. Empfehlungssysteme, Recommender-Systeme, die essentiell sind und ohne die wir eigentlich unsere Online-Shops beziehungsweise Online-Plattformen in solche nicht mehr bedienen können. Wenn Sie an einen Amazon-Marktplatz denken mit 350 Millionen Produkten. Also auch hier hilft ein klassischer Suchalgorithmus nicht mehr, also jetzt habe ich schon Empfehlungssysteme, die auf Basis meiner Vergangenheit im Suchen beziehungsweise vergangenen Käufe ableiten, was mich interessieren könnte. Und was man auch heute beobachtet in diesen Social Media, dass es hier im Wesentlichen um die Erhöhung von Klickraten geht, weil dafür zahlen dann die Werbekunden, wenn oft geklickt wird. Und hier muss sich dann so etwas wie eine Emotionalisierung der Nutzerinnen und der Nutzer durchzunehmen, wie sie auch nicht geklicken. Leider sieht man darauf kommen, dass negative Emotionen zu mehr Klickraten führen, als es Bogen gibt. Das führt zu verändertem Nutzerverhalten, das heißt wir verändern unser Verhalten im Web auf Basis dessen, was uns Algorithmen und Empfehlungen hier vorschlagen. Wir zahlen dabei mit unseren Daten. Sie kennen wahrscheinlich einige von Ihnen das Buch von der Zuboff über Überwachungskapitalismus. Wir haben hier eigentlich von der Ursprungsregel der Gegenkulturbewegung der USA, wo wir uns als Citizen, als Bürger beteiligen, ist eine Transformation zum Konsumenten, zur Konsumentin. Also wir werden gesehen als jemand, der potenziell mit Wert behaftet ist, mit den Daten beziehungsweise aus dem ein Mehrwert geschaffen werden kann. Und es geht nicht so sehr an Partizipation. Und gleichzeitig sind wir Nutzer des Systems. Also wir schauen nach. Wir sind das Produkt. Unsere Daten werden hier gehandelt und weitergegeben. Und auf Basis von unseren Daten werden hier Entscheidungen getroffen. Wir sind auch Produzent dieser Daten durch unser Verhalten. Es ist fast so etwas wie ein ökonomisches Diabeto-Mobil. Wir haben scheinbar die individuelle Freiheit im Web. Wir können tun, was wir wollen. Aber eigentlich ist es eine Fiktion. Weil durch diese Empfehlungssysteme, what I see, what I get, also was ich bekomme, was ich tue, ist definiert im Wesentlichen durch ein Distanzmaß in einer Ähnlichkeitsmatrix. Also wie ähnlich bin ich zu anderen und was andere sich angeschaut haben, könnte ja mich interessieren. Und das wird mir vorgeschlagen. Ich habe nicht mehr einen abstrakt, großen Entscheidungsraum, sondern ich habe einen relativ eng definierten. Und ähnlich ist, wenn ich mich in sozialen Medien mit anderen zusammentue, ist auch dieses Gemeinsame, das Große ist eine Fiktion. Weil auch hier sind das praktisch die Aggregation von individualisierten Sichten, die durch solch ein vergangenes Verhalten definiert werden. Also ähnliche Nutzer werden hier zusammengefasst. Das heißt, ich habe Algorithmen, die bestimmen über das, was ich individuell mache bzw. was ich als Gruppe oder als großes Gemeinsame tue, anstatt die bewusste Entscheidung des Menschen. Also im Wesentlichen habe ich eine Fiktion der Individuellen. Das ist ja eine Fiktion der Scheinbarkeit. Johannes Lee hat das getauft, das System ist failing. Also dass ich von einer Vision der individuellen Freiheit, die auch er gehabt hat und einer demokratischen Teilhabe, hier in eine solche Situation komme. Wir haben hier die Geschäftslandschaft, die eigentlich entscheidend ist für das Web und nicht mehr die Wikibedias und so weiter, die auch wichtig sind. Aber wenn Sie auf diese Systeme schauen, sehen Sie, dass das die Systeme sind, mit denen wir einen Großteil der Zeit uns beschäftigen und verbringen und die uns hier entsprechende Services zur Verfügung stellen. Wobei die Teilnahme an diesen Services ist schon fast notwendig, damit man sich hier beteiligen kann. Das sind sogenannte Plattformen, wo man Basis ist das Nutzernetz, wenn man nicht so sehr die physische Infrastruktur und die Information von und über den NutzerInnen beziehungsweise auch über den Wert. Also die setzen sich praktisch auch darauf und beobachten die NutzerInnen und stellen denen entsprechende Service zur Verfügung. Das ist eine absolute Virtualisierung des Geschäftes und was auch interessant ist, dass diese Innovation, diese Firmen sind alles Newcomer, das sind Startups, die kommen verlassen. Die schlechte Nachricht ist, dass das fast alle bis auf Skype US amerikanische Gründungen waren. Plattformen und Marktkapitalisierung, das geht hier, was ist, wenn ich hier Firmen betrachte, was ist der Wert dieser Firmen, wenn ich sie in der Börse habe. Und hier ist der Preis für eine Aktie, der kann man multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Und hier sehe ich im März 2022, Ende März, es gibt eine neuere Zahl, vierteljährlich Ende Juni, da schaut es ähnlich aus. Hier sehen Sie rot eingezeichnet, die wertvollsten Firmen dieser, also hier in dieser Liste, der zehn wertvollsten Firmen dieser Welt sind, dass hier fünf solcher Plattformen-Firmen dabei sind. Und auch drei andere IT-basierte Firmen sind so die Tesla, das ist ja eigentlich zwei Mobilitätsfirmen, aber das kann man als IT-Firma bezeichnen. Ideal ist eine Grafikkarte und DSMC ist eine Chip-Produzent aus Asien. Nur Berkshire Hathaway ist eine Investitionsfirma und United Health ist eine amerikanische Versicherungsfirma für Gesundheitsdienste. Wenn man sich anschaut, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, auf der rechten Seite sehen Sie hier eine andere Zusammensetzung dieser Firma, eine Struktur, wo nur zwei Firmen vor zehn Jahren, vor elf Jahren aus dem IT-Bereich gekommen sind und die anderen aus anderen Bereichen. Also relativ groß verteilt und auch hier sehen Sie eine bessere Verteilung im Weltmaßstab und hier eigentlich nur mehr als hier mit diesen zwei Firmen. Europa ist rechts noch vorhanden, links sind wir eher nicht mehr vorhanden. Das ist ein großes europäisches Problem. Plattformen, das ist praktisch dieser virtuelle Ort, wo sich die Anbieter und Nachfrager treffen in einem offenen System. Es ist ein Ökosystem, wo es mehrere Typen von Anbietern und auch Nachfragen von Nutzerinnen und Nutzern geben kann. Es ist ein Arrangement, das durch gemeinsame Regeln und Technologie definiert wird. Und Sie haben jetzt die sogenannten Netzwerkeffekte, wo der Wert wächst mit der Anzahl der Teilnehmer, daher auch der Winner Dexidol. Das sehen Sie ganz eindeutig bei Google mit den Suchmaschinen und Amazon mit den Ausblitzen und so weiter. Diese Firmen sind in mehreren Märkten aktiv. Denken Sie zum Beispiel Amazon, einerseits das Marktplatz, aber dann mit ihren Web-Services. Sie haben sehr hohe Marktanteile. Sie sind sehr aktiv bei übernahmenden Firmen von Startups. Es ist ja schon fast gesagt, wenn man in Österreich ein Startup gründet, will man dann von einem der Großen gekauft werden. Wobei interessant ist, dass diese Großen nicht immer die Innovationen nutzen, die sie hier kaufen, sondern die sie auch eigentlich vom Markt weg haben wollen. Und die investieren massiv in Research und Development und sind hier auch Konkurrenz zu den Universitäten. Also ich warte gern an der Fakultät für Informatik der TU Wien. Und wir haben in einigen Situationen, wo wir Verhandlungen gehabt haben mit neuen Kolleginnen, Professorinnen und Professoren durchaus auch die Konkurrenz dieser großen Firmen gespürt. Und zwar ganz massiv. Schlechte Nachricht ist auch wie die traditionellen Firmen, dass diese IT-Firmen die Gewinner der Pandemie sind und die in Expansion sind im Gegensatz zu traditionellen Unternehmungen, die eigentlich alle Sparkurs fahren müssen. Zusammengefasst kann ich hier sagen, dass wir zwei Seiten der informatischen Medaille haben. Wir haben hier einerseits die Informatik oder Informationstechnologie, die das System am Laufen hält. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass es wichtig für demokratische Bewegungen ist und Partizipation. Also für Mediagelten-Systeme denken Sie hier nur an den arabischen Frühling oder auch in Italien, wo eine Gruppe junger Frauen sich gegen den Salvini, der von der rechten Lega Nord kommt, hier gewehrt hat. Und eigentlich das den Aufstieg der Lega Nord zumindest teilweise gebremst hat. Es ist auch wichtig für die Lösung grundlegender Probleme. Ich zeige Ihnen hier die Sustainable Development Goals der Vereinigten UNO, United Nations. und Sie sehen hier die einzelnen Goals angeführt von Nahrungsmittel, Umwelt und so weiter. Und hier sehen Sie, dass in all diesen Bereichen die Informatik zumindest als ein Tool, als ein Hilfsmittel essenziell ist. Auf der anderen Seite haben wir kritische Punkte, Konzentration und Monopole im Web, über das habe ich schon gesprochen. Es geht um die Souveränität, Rolle der Staaten und des Einzelnen, wie mächtig diese Systeme sind. Sie können mobile Applikationen, die Sie alle auf Ihrem Handy haben, werden entweder von Apple oder Google entschieden, ob die auf den Markt kommen oder nicht und nicht von den jeweiligen Staaten, wo diese Apps verwendet werden. Corona App ist hier ein Beispiel. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber im Wesentlichen haben hier diese beiden großen Firmen entschieden, welche Corona Apps hier verwendet wurden. Fake News kennen Sie mit den Auswirkungen auf den politischen Diskurs. Dadurch, Sie kennen die Geschichte auch, wo hier die Trolls arbeiten und so weiter. KI und Entscheidungsfindung, also Künstliche Intelligenz, Entscheidungsfindung. Welche Rolle hat hier der Mensch? Das sind ja bekannt die Beispiele, wo bei dem Recruitment von Amazon hier Algorithmen, weiße Dinge, die sie bevorzugt haben, weil praktisch aus falschen Daten oder Anführungszeichen voreingenommenen Daten gelernt wurde. Also wie kann man hier das kontrollieren? Überwachung habe ich bereits angeführt. Ein letzter Punkt ist diese Arbeitssituation und Automatisierung. Eine Diskussion, die zurzeit nicht im Vordergrund ist, aber die sehr wohl kommen wird. Nicht nur die Substitution menschlicher Arbeitskraft, sondern welche Rolle hat der Mensch im Arbeitsprozess? Wer kontrolliert den Arbeitsprozess? Eine interessante Geschichte ist auch, französische, italienische Soziologiker Siedle hat sehr gut gezeigt, dass in dieser IT-Industrie wir widerspiegeln die kolonialen Abhängigkeitsverhältnisse, wo in den reichen Ländern des Nordens und des Westens mit den IT-Systemen Umsatz gemacht wird und Datenveredelung und Datenpflege teilweise in den Ländern des Südens gemacht wird. Hier wieder das System des Feldes mit dem Team Berners-Lee. Das Ganze hat uns dazu geführt, dass wir einen Workshop, und hier komme ich zum digitalen Humanismus, also eine Ableitung, warum das für uns ein wichtiges Konzept ist, im Jahr 2019 an der TU Wien, wo wir diskutiert haben zwei Tage mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen Disziplinen, von der Informatik bis zur Soziologie, Geschichte, Anthropologie und so weiter, und dort auch dann das Wiener Manifest für digitalen Humanismus verabschiedet haben. Wichtig war hier damals auch das sogenannte Weisereport-Beratungsgremium für die Fakultät der Informatik der TU Wien, das sich damals als Dekan eingerichtet hat und die hier einen wichtigen Ansatz oder Anstoß dazu gegeben haben. Das Ganze hier, muss ich auch erwähnen, war auch unterstützt vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, der hier eine wichtige Rolle gespielt hat. Was ist der digitale Humanismus? Das ist eine einfache Definition und nicht nur, dass man die Auswüchse der Informatisierung bekämpfen soll, sondern er soll sehr wohl, dass das Gesamtzusammenspiel zwischen Technologie und zwar Informationstechnologie und die Menschen beschreiben und analysieren, also versuchen zu verstehen und dann aber auch versucht, hier einzugreifen, Einfluss zu nehmen, dass die Tools entsprechend gestaltet werden, dass diese Dinge gemacht werden, die für die Menschenrechte wichtig sind für eine gerechtigere und sozialere Gesellschaft. Das ist eigentlich eine relativ schwierige Aufgabe, weil diese Transformation oder diese Informatisierung ein komplexer sozialer, ökonomischer und auch technischer Prozess ist, mit einer eigenen Dynamik, wo man glaubt, diese Dynamik ist so stark, dass man nicht eingreifen kann, dass das automatisch ist, aber im Wesentlichen ist es nicht automatisch und das kann man auch zeigen. Und es ist nicht gottgegeben, diese Entwicklung und daher ist es wichtig, dass man sich hier eigentlich einmischt und hier sagt, dass man Technologie nach unseren Werten und Bedürfnissen designt, dass wir sie gestalten. Wir sind die Agenten und die Autoren unseres Lebens. Wir haben die persönliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit und auch die Verpflichtung und die Verantwortung, hier unseren Verstand zu benutzen. Also in dieser Hinsicht ist es auch eine Referenz zur Aufklärung. Und vor diesem Hintergrund ist es auch die Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft, wenn man sagt, wir sind die Autoren und wir haben die persönliche Autonomie. Wer ist dieses Wir, wer ist dieses Subjekt und das ist die Gesellschaft des Solches oder die Menge von uns Menschen, die in einer demokratischen Gesellschaft, in einer demokratischen Organisation wiederfinden. Und in einer bestimmten Hinsicht ist der digitale Humanismus für mich auch eine rationale, demokratische Antwort auf das Anything Goes Paradigma des Welts. Also dass man nicht auf dieser fast Fiktion der individuellen Freiheit, sondern auch versteht, dass hier bestimmte Gesetzmäßigkeiten existieren, die man sehr wohl unterbrechen kann. Wir haben dann verabschiedet das Manifest in mehreren Bereichen. Hier wird sehr deutlich, dass es nicht nur ein Aufruf ist zu analysieren und zu reflektieren, sondern auch einer zum Handeln. Das ist auch so etwas wie ein Forschungs- und Aktivitätsprogramm. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen, der für mich wichtig ist in der Wissenschaft, wo es wichtig ist an den Universitäten, aber auch an anderen Institutionen, hier diese disziplinären Silos aufzubrechen und dass man hier kooperieren sollte. Zum Beispiel warum hat man keine Philosophie-Fakultäten an den technischen Universitäten. Ich glaube, dass es hier wichtig ist, auch die Geistes- und Sozialwissenschaft in der technischen Entwicklung entsprechend zu integrieren. Danach, also 2019 war der Workshop, dann ist 2020 die Corona-Pandemie aufgebrochen. Wir haben dann Online-Lectures veranstaltet und Online-Workshops, über 30 Online-Lectures mit relativ bekannten Personen und berühmten Personen. Hier ist uns entgegengekommen, dass es sehr einfach war, weil man sich eigentlich nur über Zoom bzw. andere Tools zusammenschließen musste. Wir haben hier 70 Stunden Online zugängliche Videos und Präsentationen. Sie können über unsere Website alle diese Informationen und die Videos zugreifen. Der letzte Workshop war im März über eine Roadmap im digitalen Organismus, der wichtig ist für Forschungsorganisationen und wichtige Themen. Vorträge, nur damit sie ein Beispiel haben, zur Effizienz und Resilienz. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den ich heute nicht sprechen kann. Wir brauchen resiliente und nicht effiziente Systeme. Es hat die Pandemie gezeigt, dass wir Systeme brauchen mit Buffer, mit Alternativen. Das kann man hier teilweise auch aus der Informatik lernen. Das Manifest hat Unterschriften aus 45 Ländern bekommen. Wir haben es jetzt in acht Sprachen, sogar in Farsi und Katalan, neben Spanisch. Es ist im österreichischen und Wiener Regierungsprogramm. Es gibt die Beuysdorfer Erklärung zum digitalen Humanismus, der von den Außenministern Österreichs, der Slowakei und der Griechischen Republik unterzeichnet wurde. Es gibt Aktivitäten mehrerer österreichischer Ministerien. Es hat jetzt der neue Staatssekretär für Digitalisierung dafür eingesetzt. Und es gibt Forschungsprogramme in Wien und ein Fellowship der Institut für die Wissenschaft von Menschen. Das ist ein Institut, das im Wesentlichen in den Geisteswissenschaften aktiv ist in Wien. Und hier auch eine Fellowship für den digitalen Humanismus zurzeit laufen hat. Es ist uns gelungen, als eine Initiative hier einen intellektuellen Kern zu generieren, wo bis zu 50 Personen wirklich regelmäßig bei Sitzungen dabei sind, Online-Sitzungen. Wir haben ein Buch verfasst mit 170.000 Downloads, wo wir 48 Beiträge von 60 Kolleginnen und Kollegen haben. Und wir haben diese Roadmap für Forschung und Innovation geschrieben. Und es gibt Entwicklungen und bereits ein Projekt für die Etablierung eines europäischen Masters im Bereich des digitalen Humanismus. Dinge ändern sich. Es gibt mehrere internationale, akademische, aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen in dem Bereich Informatik und Gesellschaft oder AI und Gesellschaft. Ich lese die jetzt nicht vor, aber das geht von den USA bis nach Europa. Es gibt auf politischer Ebene Bewegungen. Sie kennen alle diese Digital-Market-and-Service-Ekte EU. Es gibt die AI-Regulierung als Vorschlag und Privacy-Gesetze. Es wird wahrscheinlich ein Programm zu Horizon 2020 für digitalen Humanismus geben auf europäischer Ebene. Also nicht, dass wir diese Dinge aufgelöst haben, aber wir sind Bestandteil einer größeren Diskussion, die feststellt, dass wir eine Modernisierung dieser Gesellschaft haben auf Basis von der Informationstechnologie, aber auch gleichzeitig die Verantwortung, uns hier einzulischen. Dafür komme ich bereits zum Ende. Hier gibt es nie einen Hinweis auf unsere Summer School, die im September stattfindet. Das ist unsere Fall School. Sie können nachschauen auf dieser Webseite oder einfach im Web suchen. Es ist für Dissertantinnen und Dissertanten beziehungsweise auch Advanced Masterstudents, wie wir sagen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Institutionen. Hier sehen Sie das Programm, ein fünftägiges Programm. Und für die Dissertantinnen, Dissertanten und Masterstudenten, man bekommt dafür auch ECDS. Und es geht von der künstlichen Entgegenz und den Menschen und wer hat Kontrolle bis zu Souveränität, Security und Geopolitik über Work in a New World. Sie können das alles auf dieser Webseite anschauen und auch die Teilnahmebedingungen hier schauen. Das Ganze kostet 400 Euro inklusive Mittagessen und Kaffeepausen für fünf Tage. Generell ist es, kann man sagen, dass der digitale Humanismus ein fundamentales Konzept ist. Es könnte als ein europäisches Modell stehen für eine menschengerechte Digitalisierung gegenüber den USA, die eher hier Anything Goes betreiben oder China mit einem eher Überwachungsansatz. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es auch andere Teile der Welt gibt, wo Digitalisierung ein wichtiger Aspekt ist und wir hier nicht unsere Modelle einfach drüber bestücken können. Eine große Herausforderung ist, dass es ein heterogenes Publikum hat, von der Wissenschaft bis zur politischen Ebene und der Zivilgesellschaft. Es ist mehrdimensional. Das macht auch dieses heterogene Publikum bedingtes an. Wir haben unterschiedliche Problembereiche, die ich angeführt habe. Vorher von AI bis zu Plattformen, von der Regulierung bis zum Datenschutz, von Arbeit, wo zum Beispiel die Arbeiterkammer oder die International Labour Organisation, die ILO wichtig ist, auch bei uns Mitarbeiter in diesen Aspekten. Man braucht dazu verschiedene Disziplinen. Es ist nicht nur eine Frage der Informatik und der Ingenieursdisziplinen. Also wir sind wichtig, aber wir sind nicht das A und O der Welt. Ich glaube, dass es wichtig ist, Sozial- und Geisteswissenschaften zu integrieren und auch einen Aspekt der Kunst mit zu betrachten. Es geht vom Verstehen und Analysieren bis zum Gestalten und es macht klar, dass es ein breiter Raum ist. Daher auch verschiedene Aktivitäten bedarf, von der angewandten Forschung bis zur politischen Aktion und Kommunikation. Kommunikation habe ich hier fett geschrieben, weil das ein wichtiger Punkt ist, dass man entsprechend kommunizieren sollte. Schlussbemerkung, wichtig ist, dass man sieht, dass wir nicht am Ende dieser Entwicklung sind, sondern dass wir eigentlich fast, dass es eine Entwicklung ist, die nicht enden wird. Also diese Digitalisierung, diese Veränderung, diese neuen Technologien, da wird es einen Schub nach dem anderen geben. Wir haben weitere Technologie- und Servicewellen. Wir haben weitere Transformationsprozesse damit verbunden. Die Komplexität wird nicht abnehmen, sondern eher zunehmen, strukturell als auch technisch. Wir haben jetzt so etwas wie einen Komplexitätsberater, sondern wir verwenden Technologie, um Probleme zu lösen und damit auch Komplexität zu reduzieren. Und gleichzeitig mit diesen Tools und mit den zusätzlichen Daten, die wir erschaffen, die die Komplexität erhöht. Also wir haben hier weitere solche Technologie- und Servicewellen, aber das ist nicht Gott gegeben. Es gibt ein Primat der Politik. Das sieht man zurzeit sehr gut in dieser Ukraine, im Ukraine-Krieg, wo sehr wohl politische Entscheidungen über wirtschaftliche Entscheidungen stehen und wo politisch eingegriffen wird in Entwicklungen auf dem Markt und auch in der Technik. Letztendlich für uns selber gilt, dass man eingreifen kann. Das ist ein Aspekt des digitalen Humanismus, dass wir uns verstehen als Agenten, als rationale Agenten unseres Lebens. Aber gleichzeitig auch damit verbunden ist diese Verantwortung, wenn man das versteht, dass man auch entsprechend agieren soll. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie mich gehört haben und habe hier noch einmal die Webadresse der Summer School. Ich danke Ihnen sehr. Herr Professor Hannes Wertner, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben Sie gehört und auch alle Ihre Folien gesehen. Wir haben circa fünf Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Zwei oder drei Fragen gehen sich bestimmt aus. Da hebt schon der Erste die Hand. Es sind zwei Menschen mit Mikrofon da. Bitte sehr. Hallo. Wir haben noch immer Schwierigkeiten zu verstehen, was digitaler Humanismus jetzt genau ist. Ich habe es nicht kapiert. Sie haben es nicht verstanden. Nein. Dann habe ich einen schlechten Vortrag. Es geht eigentlich nicht nur um die begrenzten oder beseitigenden Auswüchse der Digitalisierung. Denken Sie an Fake News beziehungsweise Eingriffe durch AI in menschliche Entscheidungen, Menschen, sondern auch um eine entsprechende Gestaltung dieser Tools und auch um ein entsprechendes Design dieser Systeme. Um das geht es. Ganz kurz zusammengefasst. Ja, Technologie ist nicht gottgegeben, haben Sie gesagt. Praktisch. Ja, okay. Passt. Entschuldigung. Bitte. Man kann und soll eingreifen, habe ich am Schluss dann eben mir gemerkt. Können Sie Beispiele geben, wo wir eingreifen sollten, die Ihnen besonders wichtig sind? Es gibt zum Beispiel eine Initiative von der Kollegin Spiekermann, die jetzt einen ISO-Standard beziehungsweise einen IEEE-Standard entwickelt hat im Software-Engineering-Bereich, wo man sogenannte Value-Based Engineering macht, wo man unterschiedliche, wo man die Requirements, die Anforderungen an Software so gestaltet, dass auch die Nutzerinnen und Nutzer und auch gesellschaftliche Aspekte bei einer Software-Entwicklung berücksichtigt werden und nicht nur die Umsatz- und Effizienz-Aspekte für eine jeweilige Firma. Das ist ein strukturierter Prozess, wo zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integriert werden, beziehungsweise auf der anderen Seite auch Kunden und Kundinnen. Es gibt Ansätze von Ben Snyderman, das ist ein US-amerikanischer Professor aus dem Bereich HCE, also Human-Computer-Interfaces, der Vorschläge macht, wie man den Human in the Loop, also den Menschen ins Zentrum von Software-Entwicklung stellt, sowohl von der algorithmischen Abhandlung als auch vom Interface her. Also das sind Beispiele aus der technischen Ebene. Was wir machen in Wien, wir haben teilweise Vorlesungen, wo wir folgend der Barbara Groß in den USA, in Harvard, Philosophie Doktoranden in Software-Engineering-Vorlesungen einladen und dort mit den Studierenden diskutieren über Software und ethische Dimensionen von Software. Und hier auch konkrete Fragestellungen mit denen durchgehen. Also es gibt mehrere solche Aspekte. Ein weiterer Aspekt ist die Frage, wer, wenn ich davon ausgehe, dass Google oder Facebook sowas wie Public Goods sind, die für das Funktionieren, also wenn sie im Web sich bewegen wollen, dann ist es Google eine notwendige Voraussetzung, dass sie sich zurechtfinden. Es gibt zwar Alternativen dazu, aber für den Durchschnittsnutzer, die Durchschnittsnutzerin ist Google eine entsprechende, ein wichtiges Tool und die Frage ist, nach welchem Prinzip ihr das ist, beziehungsweise wer hat die Verfügungsgewalt über diese Software? Das ist dann auch das, was Sie gemeint haben, in den USA gilt das Prinzip, anything goes und in Europa versucht man diese Dinge mehr zu gestalten. Also auch die Zentralisierung des Internet und die Tatsache, dass manche Konzerne immer mächtiger und reicher werden. Genau. Die Frage ist Regulierung, Zerschlagung von Konzernen. Ich glaube, dass einige, dass die aufgespalten, dass das ein wichtiger Aspekt ist und das ist durchaus kein kommunistisches Konzept, sondern das ist für das Funktionieren des Kapitalismus mit gleichen Voraussetzungen durchaus ein wichtiger Ansatz. Das hat man im Bereich der Telekom hat es bereits gegeben in den USA, es hat es im Bereich der Ölindustrie beziehungsweise der Stahlindustrie gegeben, dass man zu große Monopole dann aber nach einem bestimmten Zeitpunkt aufgespalten hat und in Teile zerquedert hat. Okay. Also das ist auf der politischen Ebene eine konkrete Diskussion. Dankeschön. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020